Camilla, Herzogin von Cornwall, wurde lächelnd gesehen, als sie heute in der Westminster-RB ankam, um am Commonwealth-Gottesdienst teilzunehmen. Die zukünftige Königin Camilla, 74, war unter zahlreichen Mitgliedern der königlichen Familie, die an der Veranstaltung teilnahmen, die den Commonwealth-D markiert. Diese Feier des Commonwealth of Nations wird jährlich am zweiten Montag im März begangen. Der Anlass wird jährlich von Menschen im gesamten Commonwealth in Afrika, Asien, der Karibik und Amerika, dem Pazifik und Europa begangen. Im vergangenen Jahr wurde der Gottesdienst zum Commonwealth der wegen der Covid-Pandemie zum ersten Mal seit fast einem halben Jahrhundert abgesagt. Infolgedessen trat die königliche Familie stattdessen in einer speziellen BBC-Sendung auf, um diesen Anlass zu feiern. In diesem Jahr nahmen Mitglieder der Kanzlei an der multireligiösen Zeremonie teil, bei der dem Thema Service besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde, das ihre Majestät ihr Platin-Nubiläum feierte. Camillas Auftritt bei der diesjährigen Veranstaltung steht im Gegensatz zu Anfang dieses Monats, als die Herzogin und ihr Ehemann Prinz Charles der ukrainisch-katholischen Kathedrale einen emotionalen Besuch abstatteten. Camilla war während eines Großteils ihres Besuchs in Tränen aufgelöst, insbesondere als sie mit Vertretern der ukrainischen Gemeinschaft Großbritanniens über die humanitäre Krise in ihrem Heimatland sprach. Während des Besuchs sprach Camilla das königliche Protokoll und umarmte in einer Preisteiko, die Frau des ukrainischen Botschafters in Großbritannien, Vadüm Preisteiko, die eindeutig emotional wirkte, bevor sie ihr sagte, wir beten für sie. Camilla wird Queen-Konsort, wenn ihr Ehemann Prinz Charles auf Wunsch der Queen den Thron betritt. In einem Brief anlässlich ihres Platin-Nubiläums sagte die Königin, und wenn mein Sohn Charles in der Fölle der Zeit König wird, weiß ich, dass sie ihm und seiner Frau Camilla die gleiche Unterstützung geben werden, die sie mir gegeben haben. Und zwar ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Camilla, wenn diese Zeit kommt, als Queen-Konsort bekannt sein wird, während sie ihren eigenen treuen Dienst fortsetzt.